Und das ist ein richtig gutes Zelt, weil das ist voll dunkel innen drin. Und wenn dann die Sonne drauf klatscht, dann wird das nicht so warm und so. Also das schützt vor Sonne, damit wir keinen Sonnenbrand bekommen. Im Zelt. Sonnenbrand. Ich wollte ja nicht, dass du einen Sonnenstich bekommst. Deswegen ist das Zelt aufgebaut. Noch einen Sonnenstich mehr verträgt dein Gehirn auch nicht. Hirnhautentzündung schützt. Das Feuer beginnt. Mein Gott, jetzt habe ich hier diese ganzen 5 Euro Fleisch mit den ganzen Paprika hier runtergeschmissen. Nur weil das Ding hier einmal so und dann ist das hier runtergeknickt. Das geht gar nicht klar. Und jetzt müssen wir ohne Fleisch essen. So, wir essen das jetzt ohne Fleisch. Was extrem schade ist, weil das Fleisch ist extrem lecker.